Liebe Zuschauer, am Samstag, dem 16. Juni 2018, findet das BSL Kurzfilmfestival statt. Es handelt sich um ein fünfstündiges Event mit ausgewählten Kurzfilmen mit Wettbewerbscharakter samt Verleihung eines Jury- und eines Publikumspreises. Die Jury ist hochkarätig besetzt, unter anderem mit Kammerschauspielerin Sandra Czerwick, den Regisseuren Reinhard Schwabinitzki und Michael Fischer, sowie den Schauspielern Christian Spatzek, Reinhard Nowak und Erwin Leder, letztere bekannt, aus das Boots- und Schindlers Liste. Diese großartigen Persönlichkeiten aus der Film- und TV-Branche werden auch als Stargäste bei dieser Veranstaltung im ältesten Kino Österreichs, den Breitenseer Lichtspielen, vor Ort sein und die Preise persönlich überreichen. Kommen Sie und unterstützen Sie als Publikum dieses Event mit dem Motto Erhaltet die BSL. Liebe Zuschauer, sehen Sie jetzt den Festival-Trailer. Ich wünsche Ihnen dazu viel Spaß. Schnelle Musik Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank.